Herzlich willkommen auch in dieser vollen Handelswoche zum Wochenausklang mit WA Self-Invest und Fit4Finanzen. Mein Name ist Andreas Bernstein. Mit dem Roland Hegen werden wir auf die Wall Street schauen, auf den DAX, auf weitere Assetklassen und auf die spannendsten Aktien aus dieser Woche. Nach dem Intro geht's los. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, ein bisschen wehmütig bin ich doch. Es ist die letzte Handelswoche gewesen, die jetzt zu Ende geht und es ist auch die letzte Sendung in diesem Format, oder? In der Tat, die letzte Sendung in diesem Jahr, aber wir werden natürlich im Januar auch wieder durchstarten, auch mit diesem Format. Von daher, der DAX scheint sich auch schon so ein bisschen in den Weihnachtsurlaub verabschiedet zu haben. Heute bisher nur eine sehr geringe Range von, ich denke, knapp 50 Punkten. Von daher, ja, viele Portfolio-Manager und Ähnliches sind sicherlich auch schon im Urlaub. Von daher etwas gemächlicher Handel, aber die Märkte haben ja auch einiges vorweggenommen in den letzten Wochen. Von daher hat man sich den Urlaub auch sicherlich verdient. Das stimmt. Manche Länder starten ein bisschen eher. Zum Beispiel London hat verkürzten Handel, da ist schon Weihnachtszeit angebrochen. Beim DAX geht's noch im Xetra-Bereich bis 17.30 Uhr weiter. Die Wall Street auch bis zum Handelsende. Und dann geht's ab Dienstag übrigens schon mit der Wall Street weiter und erst ab Mittwoch mit dem DAX. Ganz genau. In den USA hat man etwas verkürztes Weihnachtsfest. Also am zweiten Weihnachtsfeiertag wird da entsprechend hier auch schon gehandelt. Sogar am zweiten Weihnachtsfeiertag, am 26. Von daher, ja, jeder, der Lust auf Märkte hat, kann natürlich auch direkt wieder nach Weihnachten hier weitermachen, dann in den US-Futures. Ja, die hatten ja schon mit Thanksgiving ihren Feiertag so ein bisschen vorgezogen, möchte ich meinen. In Summe passt das dann. Dann lass uns gerne mal gleich auf die Märkte draufschauen, denn beim DAX, wie du schon sagtest, da ist ein bisschen Konsolidierung angesagt. Die hat stattgefunden tatsächlich, seit wir die 17.000 vor acht Tagen, also vor sechs Handelstagen, wollte ich sagen, am Donnerstag vor einer Woche erreicht haben. Genau, dann hat man ja, im Future waren wir schon auf der 17.200, auf neuen Allzeithochs kamen leicht zurück, im Kassamarkt 17.003 Punkte. Und seitdem gibt es so einen kleinen Rücksetzer, eine Konsolidierung weiter auf sehr hohem Niveau. Und ja, die vorherigen Hochs sind sicherlich ein potenzieller Unterstützungsbereich, den man dann vielleicht auch, ja, noch Ende des Jahres oder zu Beginn des neuen Jahres testen könnte. Hier sieht man einmal die Kassakurse entsprechend bei circa 16.500 bis 16.550. Das sind die vorherigen Hochs. Und das ist, denke ich, ein interessanter Unterstützungsbereich, der bei einem Test durchaus dazu genutzt werden könnte, in diesen Aufwärtstrend weiter einzusteigen. In den kleineren Zeiteinheiten sieht man, dass sich in dieser Woche im DAX nicht allzu viel getan hat. Das heißt, es ist eine seitwärts gerichtete Konsolidierungswoche letztendlich hier auf diesen hohen Niveaus. Im Future hier entsprechend zwischen 16.800 circa auf der Unterseite und der ziemlich genau der 17.000 auf der Oberseite. Und da ist man aktuell hier ziemlich genau in der Mitte der Range angekommen. Und heute hat sich auch nicht allzu viel getan. Wir versuchen jetzt auf der Oberseite hier auszubrechen, markieren aktuell neue Tageshochs, aber sind immer noch in einer recht engen Range hier von jetzt ja etwas mehr als 50 Punkten letztendlich gefangen. Ja, zoomen gerne nochmal das Bild auf ab Anfang November, denn da habe ich den Aufwärtstrend im DAX immer in Beobachtung gehabt. Die letzten Tage, da war es durchaus spannend. Dienstag genau rangelaufen, am Mittwoch dann an diesem Aufwärtstrend so ein bisschen nach oben gehangelt. Und am Mittwoch ist der dann gebrochen, hat aber nicht dazu geführt, dass es eine Trendumkehr gab, sondern einfach einseitlich rauslaufen, so könnte man es zusammenfassen. Genau, hier sieht man diesen sehr schönen Aufwärtstrend über die letzten knapp zwei Monate. Jeder Rücksetzer wurde entsprechend gekauft und jetzt sieht man in der Tat so eine Seitwärtskonsolidierung. Das Volumen wird ja jetzt auch geringer, die Liquidität lässt auch etwas nach. Von daher sieht man das sehr häufig, dass der Markt dann auch erst einmal konsolidiert. Die Konsolidierungen sind dann an den US-Märkten ein bisschen heftiger ausgefallen. Und zwar am Mittwoch in den letzten beiden Handelsstunden, da gab es ein regelrechtes Gewitter. Wenn wir mit dem Dow Jones vielleicht beginnen, der nämlich den schwächsten Tag seit September hier gezeigt hat. Über 500 Punkte nach unten, das kannte man überhaupt nicht mehr. Genau, das kannte man nicht, aber letztendlich ist es ja auch weiter auf sehr hohem Niveau. Da haben wir ja auch kurz zuvor am gleichen Tag hier neue Allzeithoes markiert, kamen dann stark zurück. Aber der Markt hat sich auch schnell wieder gefangen. Hier im Future war es die 37.500. In diesem Bereich sah man gestern auch wieder Kaufinteresse und jetzt ist man ziemlich genau auch in der Range des gestrigen Handelstages. Wenn man etwas rauszoomt, sieht man, das ist ja auch nur, wenn man es im Vergleich sieht zu den Kursen, die wir noch vor wenigen Wochen gehabt haben, ein sehr moderater Rücksetzer gewesen. Es ist natürlich viel, wenn man es für einen Tag, wenn es an einem Tag zusammenkommt. Aber letztendlich hat man hier auch nur diesen Bereich getestet, den man in der Vorwoche hier dynamisch gebrochen hat. Ja, und Allzeithoch war auch das Thema beim Nesdek, der das außerbörsliche Allzeithoch dann doch auch noch erreicht hat. Erst war das Börsliche per Schlusskurs erreicht und jetzt auch das Außerbörsliche. Und ab da auch eine kleine Konsolidierung am Mittwoch, die eben übrigens ebenfalls an einer Trendlinie gestoppt hat. Und gestern schon wieder über die Hälfte diese Abwärtsbewegung aufgefangen hatte. Genau, und das scheint sich heute auch weiter fortzusetzen. Also auf jeden Fall wieder hier auch aktuell über dem V-Web der aktuellen Woche. Das heißt, das ist positiv zu werten. Wir sind auch nicht wirklich nur ganz kurzzeitig am Mittwochabend in die Value Area der Vorwoche zurückgefallen. Haben die quasi getestet und Kaufinteresse gefunden. Und jetzt wieder der Aufwärtsimpuls. Also wir sind ja weiter nur marginal von den Allzeithochs hier auch weiter hier entfernt. Ja, und das, obwohl die Wirtschaftstaten gar nicht so positiv waren. Aber ich glaube, da schwingt ein anderer Gedanke mit, nämlich der Ausblick auf Zinssenkungen, wenn die Wirtschaft nicht mehr so rund läuft wie noch im letzten Jahr. Ganz klar sind es diese Zinserwartungen, die die Märkte aktuell weiter antreiben. Da gibt es doch schon große Hoffnungen, dass auch die Zinsen sehr aggressiv gesenkt werden könnten. Wir können ja mal reinschauen. Ich glaube, am Montag hatten wir gesagt, dass circa sechs Zinssenkungen eingepreist sind für das nächste Jahr. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Mittlerweile sind es sogar sieben Zinssenkungen. Hier ist es zwar pari-pari mit 36 Prozent. Aber das ist in der Tat vielleicht auch etwas zu optimistisch. Also, dass es wirklich sieben Zinssenkungen im nächsten Jahr geben soll, wage ich zu bezweifeln. Das heißt, der Markt hat hier einiges vorweggenommen. Aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, wie schnell sowas sich auch wieder ändern kommt, je nachdem, welche Wirtschaftsdaten rauskommen. Aber aktuell ist der Markt sehr euphorisch, weil er davon ausgeht, dass die Zinsen doch stärker zurückkommen, als auch zuletzt erwartet worden ist. Da liegt die Frage natürlich nahe, ob die Anleihen das auch schon so einpreisen. Da hatten wir ja zwischendurch Renditen von über fünf Prozent. Und wenn man jetzt schaut, sind wir deutlich unter vier Prozent. Also das könnte ungefähr dasselbe Ergebnis sein. Genau, da kommt man auf einen ähnlichen Nenner letztendlich. Da sind die entsprechend, wir können ja mal die US-Bonds hier auch mit reinnehmen an der CME. Die sind auch von ihren Tiefs entsprechend, das ist ja immer inverse zu sehen, dann auch ein gutes Stück weit zurückgekommen. Das ist dann an der CBOT hier entsprechend, wo wir die US-Anleihen haben. Und da können wir gerne mal die Zehnjährigen auch hier mit reinnehmen im großen Bild. Und da sieht man auch, dass sie ein gutes Stück weit von den Tiefs entfernt sind, die wir Mitte, Ende Oktober hier gesehen haben und seitdem wirklich eine dynamische Gegenbewegung hingelegt haben. Jetzt sind wir ziemlich in der Mitte der Jahresrange hier auch angekommen. Also da gibt es auch einen extrem starken Rücksetzer in diesem sehr langfristigen Abwärtstrend, den wir jetzt gesehen haben über mehrere Jahre. Aber der Markt erholt sich jetzt aktuell sehr, sehr stark. Wie sieht es denn da beim Pang Dong aus Deutschland aus, dem Bund Future? Den kann man ja auch über den entsprechenden Future, so sagt es ja schon der Name, Bund Future handeln, den GBL. Und dort sind auch mehr Voluminas drin, teilweise als im DAX Future, habe ich gelesen. Das auf jeden Fall. Also der Bund Future ist natürlich ein sehr liquider Future. Wir können ja auch das Orderbuch mal zeigen. Also der ist ja viel, viel liquider als ein DAX oder ein Mini-DAX. Nicht ganz so liquide wie der Eurostox, aber auf einem fast ähnlichen Niveau. Und da sieht man es ähnlich auch. Das Tief wurde hier schon etwas früher Anfang Oktober markiert, das Jahrestief. Und seitdem auch eine sehr dynamische Gegenbewegung. Und jetzt sind wir sogar hier relativ nah an die Jahreshochs fast wieder herangelaufen, die Anfang des Jahres ausgebildet worden sind, um die 140 Punkte. Also hier scheint es auch so zu sein, das wäre hier erstmal ein Boden ausgebildet. Und dann kann es durchaus auch so sein, dass dieser Abwärtstrend, der uns jetzt schon seit 2021 hier beschäftigt, durchaus auch einen Boden gefunden hat und im nächsten Jahr vielleicht nach einer Konsolidierung hier auch die Aufwärtstendenz weitergehen könnte. Jetzt hast du schon den Eurostox mitgenannt. Da wollen wir ihn zum Jahresende auch nochmal einblenden. Der war ja auch an den Allzeithochs schon dran. Wie verhält er sich dort? Ja, er konnte sich auch in diesen Regionen halten, kam jetzt auch etwas zurück. Also das Chartbild ähnelt sehr dem des DAX Futures, von den Rekordtrucks hier im Future, die bei circa 4.634 ausgebildet worden sind, kam der Markt auch etwas zurück. Aber hält sich auch aktuell oberhalb der 4.500 Punkte Marke. Also auch über den vorherigen Hochs, die wir hier im August ausgebildet haben. Also das sieht auch weiter sehr, sehr positiv aus. Aktuell eher nach einer Seitwärtskonsolidierung als nach einer großen Korrektur. Da wird also quasi mit vollen Händen im Aktienmarkt gekauft. Das gilt aber auch für andere Assetklassen. Den Goldpreis zum Jahresende jetzt über 2.000 US-Dollar, das haben vielleicht auch die wenigsten erwartet gehabt. Da haben die wenigsten erwartet. Da war doch gerade auch nochmal Anfang, Mitte Oktober stark unter Druck geraten. Aber seitdem wirklich eine dynamische Aufwärtsbewegung. Man hat die alten Hochs kurzzeitig rausgenommen, kam zurück. Aber hier im Bereich von circa 2.000 Dollar, dieser Rundenmarke, gab es wieder Kaufinteresse in der vorletzten Woche. Und ja, der Aufwärtstrend setzt sich weiter fort. Jetzt sind wir fast auch wieder an die vorherigen Hochs hier entsprechend herangelaufen. Bei 2.070, 2.075 hier im Future aktuell. Also das sieht weiter sehr positiv aus. Ja, eine Assetklasse, die auch in diesem Jahr dann noch einmal vor allem im letzten Quartal ordentlich auftrete, war der Bitcoin. Also die Kryptowährungen. Stellvertreter ist hier nun einmal der Bitcoin, der den meisten Umsatz in dem Segment umfasst. Ja, am Anfang des Jahres, da standen wir tatsächlich noch um die 20.000 und jetzt über 40.000. Das ist mal eine Performance. Ja, eine extrem starke Performance, insbesondere auch seit Ende September, Anfang Oktober ist der Markt extrem angesprungen, hat hier neue Jahreshochs markiert, kam etwas zurück von der 45.000 Dollar Marke, aber hat dann bei circa 41.000 hier im Bereich des Value Area Hochs des Vorjahres wieder Kaufinteresse gefunden. Und jetzt ist man fast wieder an die Jahreshochs hier auch angelaufen. Also das sieht weiter extrem positiv aus. Also man ist weiterhin hier im überkauften Bereich, aber das ist schon seit vielen Wochen. Aber der Markt kann sich sehr, sehr gut in diesem Bereich halten. Auch wenn hier nicht allzu viel Volumen ausgebildet worden ist. Man sieht das meiste Volumen doch eher in der Mitte der Jahresrange zwischen circa 25.000 und 32.000. Aber der dynamische Ausbruch hat weiter Bestand und man kann sich sehr gut in diesen oberen Preisregionen halten. Und wer hier vielleicht handeln möchte über die Feiertage, wenn die Börsen geschlossen haben, im Bitcoin ist es ja möglich. Im Bitcoin direkt ist es in der Tat möglich. Der Future wird entsprechend auch geschlossen haben und dann auch erst wieder hier am 26. Dezember öffnen. Ja, hoffentlich ohne große Überraschung, denn da kann es ja auch bei geringen Volumen durchaus mal starke Bewegung geben. Ja, hier sieht man auch noch das ein oder andere größere Gap, was in der Regel übers Wochenende dann auch aufgetreten ist im Future, wenn entsprechend der Bitcoin reagiert hat und der Future es dann erst am Sonntagabend oder Montagmorgen einpreisen kann. Eine erste Klasse bringen wir auch noch mal hier rein und zwar WTI, die Rohölsorte, die gerät in den letzten Wochen unter Druck, hat aber übergeordnet aus den letzten Monaten eher eine Range ausgebildet. Genau, ist letztendlich in einer großen Seitwärtsrange über das Jahr auch gefangen gewesen. Und seit den Jahreshochs sehen wir diesen abwärtsgerichteten Trendkanal. Und da hat man sich in dieser Woche etwas erholt und ist jetzt fast punktgenau hier auch an die obere Trendkanalbegrenzung herangelaufen. Von daher muss man schauen, ob es hier im Bereich von 74,5 bis 75 Dollar vielleicht auch heute noch Gewinnmitnahmen geben wird. Ja, apropos heute Gewinnmitnahmen, den S&P 500, der hatte noch kein Allzeithoch. Also da kann man auch noch nicht von Gewinnmitnahmen in Bezug auf diesen Punkt sprechen. Wenn wir uns den aktuell anschauen, haben wir auch direkte Überleitung zu den Wirtschaftsdaten, die 14,30 noch auf der Agenda heute stehen. Genau, der Mini-S&P ist noch nicht an den Allzeithochs angekommen, aber kann sich auch sehr, sehr gut halten im Bereich hier der Jahreshochs. Also bei 4.800 jetzt circa im Future, da hält man sich jetzt schon einige Tage auf. Und ja, aktuell sieht es hier auch nicht nach einer Preiskorrektur aus, sondern auch nach einer Konsolidierung auf sehr hohem Niveau. Und das werden wir auch in den kleinen Zeiteinheiten uns gleich mal anschauen. Ich gebe mal einen Überblick, was heute ansteht. Wir haben die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter für den November und die Konsumausgaben für den November, sowie persönliche Einkommen aus den USA, sowie den PCI-Kerndeflator. Also da sind weitere Inflationsdaten hier auf der Agenda. Ja, genau, die PCI-Daten sind in diesem Jahr doch teilweise auch sehr stark aufgenommen worden von den Märkten und haben zu stärkeren Preisreaktionen geführt. Davon ist heute nicht auszugehen von solch starken Reaktionen, aber es dürfte interessant sein, wie die erste Reaktion jetzt gleich ausfällt. Von daher auf Wochenbasis sieht man im S&P, es gab auch diesen Rücksetzer am Mittwoch, der aber auch wieder gekauft wurde im Bereich von 4.750, auch dieser runden Marke. Das war eine interessante Unterstützung Mitte der Woche. Und seitdem sehen wir auch wieder positive Käufe im Bereich dieser Marke, auch im gestrigen Handelstag. Und das scheint sich heute fortzusetzen. Das gestrige Hoch haben wir jetzt schon rausgenommen. Von daher jetzt schauen wir mal in die noch kleinere Zeiteinheit hier vielleicht rein, wie der Markt reagiert um 14.30 Uhr zu den Daten. Da können wir auch mal eine kleinere Zeiteinheit mit dazu nehmen. Und dann schauen wir mal, wie der erste Ausschlag hier vielleicht ausfallen wird. Das Orderbuch können wir gerne mit hinzunehmen. Da sieht man ja häufig auch solche Zonen mit hohem Interesse, die dann angelaufen werden. Also hier sieht man zum Beispiel bei 4.818 circa eine große Limitorder hier. Dann nochmal bei 4.854, also aktuell etwas mehr Interesse auf der Oberseite, auf der Ask-Seite, als auf der Bit-Seite. Mal schauen, ob eine Magnetwirkung in diese Richtung sich entfalten kann. Und los geht's. Auf jeden Fall die erste Reaktion positiv. Also wir haben neue Tageshochs hier jetzt gesehen, über 4.800. Das heißt, die erste Interpretation der Algos sieht positiv aus. Und dann können wir gleich auch mal schauen, ob die Daten schon vorliegen. Ja, ein paar habe ich schon. Ich poste sie auch gleich mal hier mit in den entsprechenden Chat mit rein. Die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im November plus 0,5 erwartet wurden plus 2,7. Also da hätte man sich einiges mehr erwartet. Da hätte man sich in der Tat einiges mehr erwartet. Wie sieht es bei den anderen? Die PCI-Daten, sind die auch schon raus? Sind die schwächer oder stärker ausgefallen? Ich habe es mir noch nicht hier vorliegen. Der aktualisiert nach und nach. Es ist ja auch so, wenn so viele Daten auf einmal kommen, die dann auf einen Blick zu haben, das ist immer schwierig. Und selbst die Berichterstattung auf CNN, Bloomberg und wo auch immer, die kommen da gar nicht so hinterher in den ersten paar Sekunden. Die dröppeln also nach und nach ein. Und die erste Interpretation muss ja auch nicht die richtige sein, wie wir hier sehen. Jetzt geht es ja erst mal wieder ein Stück weit zurück. Jetzt geht es zurück. PCI 0,1 Prozent erwartet wurden, 0,2 Prozent. Also hier sieht es in der Tat so aus, als würde da auch die Inflation auf Basis dieser Kriterien auch weiter zurückkommen. Wenn die zurückkommen, heißt das ja, dass die Zinsen durchaus gesenkt werden können. Weil Zinsen, hohe Zinsen zahlen ja unter anderem darauf ein, die Inflation einzudämmen. Ja, das auf jeden Fall. Die Zinsen werden ja auch auf jeden Fall im nächsten Jahr gesenkt werden. Die Frage ist halt nur, wie oft und wie stark. Und da geben solche Börsen, solchen Indikatoren, solchen Wirtschaftsdaten natürlich immer einen interessanten Einblick. Und wie viel Raum dann vielleicht auch die FED für Zinssenkungen schon im ersten Quartal haben wird. Wir haben noch die persönlichen Einkommen im November plus 0,4, erwartet Worte plus 0,4. Also da gab es keine Veränderungen. Die Amerikaner haben also genauso viel Geld in der Tasche, wie sie dachten für das Fest. Ganz genau. Also die Reaktion ist auch nicht allzu stark ausgefallen. Also nach dem neuen Tagesgeruch kommt man jetzt zurück. Die 4790-Punkte-Marke im S&P ist jetzt vielleicht eine potenzielle Unterstützung, wo man schauen muss, ob hier wieder Kaufinteresse aufkommt. Aber diese große Order bleibt auf jeden Fall weiterhin aktiv bei 4.818. Das ist vielleicht schon eine Marke für den Kassahandel nach 15.30 Uhr, wo man schauen kann, ob sie noch da ist und dann, ob sie vielleicht im Verlauf des Handelstages noch angelaufen wird. Auf jeden Fall kommt der Markt jetzt erstmal zurück. Und jetzt muss man schauen, ob hier im Bereich von ca. 4788 bis 90 wieder Kaufinteresse reinkommt. Und ansonsten, falls nicht, könnte man die komplette gestrige Tagesrange natürlich auch nach unten im Verlauf des heutigen Tages nochmal durchlaufen. Ja, schauen wir uns das mal an. Aber zuvor nochmal ein Blick auf ein paar Aktien. Da ist ja auch viel Bewegung entstanden dieser Woche. Wenn wir bei den entsprechenden Konsum- und Wirtschaftsgütern bleiben, vielleicht beginnen wir mit einer Visa. Die ist nämlich auch gut angelaufen und steht ja für die Umsätze letzten Endes, die man in den USA tätig, nicht nur zu Black Friday, Thanksgiving und Weihnachten, maßgeblich in der Verantwortung. Und da sehe ich sehr positive Tendenzen. Das auf jeden Fall. Also die Aktie hat ja auch kürzlich hier ein neues Hoch markiert in der letzten Handelswoche und konsolidiert jetzt weiter auf hohem Niveau. Also der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Die Aktie hat ja auch etwas geschwächelt hier im Oktober. Den 200-Tage-Durchschnitt zweimal getestet. Also dieser Bereich bei ca. 229 Dollar. Und seitdem wirklich eine dynamische Aufwärtsbewegung hingelegt. Die vorherigen Hochs auch direkt hier gebrochen. Und ja, das ist weiter eine Aktie in einem schönen Aufwärtstrend. Und da sieht man auch nicht, dass dieser in naher Zukunft beendet sein sollte. Das gilt auch für American Express übrigens, die auch seit Oktober in einem tollen Aufwärtstrend sich bewegen. Genau, die können wir auch zum Vergleich hier mit reinnehmen. Die ist in einem schönen Aufwärtstrend mittelfristig. Ja, langfristig war sie jetzt längere Zeit auch in dieser Seitwärtskonsolidierungsrange. Und da ist in dieser Woche jetzt in der Tat nach oben ausgebrochen über die vorherigen Hochs bei ca. 181 Dollar. Und auch den Rücksetzer, den wir vorgestern gesehen haben am Mittwoch, wurde gestern wieder gekauft. Also das sieht jetzt in der Tat hier auch nach einem Ausbruchsszenario aus, im etwas größeren Bild. Es muss natürlich nicht sein, dass die Aktie jetzt genauso weiterläuft, sondern es wird noch einige Zeit dauern, bis hier auch die gleitenden Durchschnitte nachziehen. Aber das wird eine interessante Marke sein, ob diese gehalten werden kann. Also über 181 Dollar ist das Bild weiter. Sehr positiv sollte man zurückfallen, kann das natürlich auch weiter zu Range-Trading führen und zu einem Rücklauf in die Mitte der Range zumindest. Aber über 181 Dollar kann man auch die vorherigen Hochs mittelfristig hier wieder anvisieren, die knapp unter der 200-Dollar-Marke hier Anfang 2022 ausgebildet worden sind. Fast ein ähnliches Bild mit Blick zum Allzeithoch bietet Micron Technology. Da gab es in dieser Woche Quartalszahlen, Mittwochabend. Und der Chip-Hersteller hat wirklich eine schwierige Phase hinter sich, also rein von den Auftragseingängen und so weiter, aber blickt sehr, sehr optimistisch in die Zukunft. Ja, das auf jeden Fall. Also das Unternehmen schreibt weiterhin rote Zahlen. Aber die Aktie hat zu Beginn des Jahres hier schon den Turnaround geschafft, ist in einen Aufwärtstrend übergegangen. Und man sieht hier, jeder Rücksetzer wurde fast mustergültig gekauft. Also auch hier nochmal Ende Oktober der Rücksetzer zum 200-Tage-Durchschnitt. Und seitdem hat man eine sehr dynamische Aufwärtsbewegung hingelegt, die vorherigen Jahreshochs gebrochen, die dann nochmal von oben getestet, also bei ca. 74, 75 Dollar. Und seitdem kannte die Aktie fast kein Halten mehr. Jetzt gab es nochmal dieses Aufwärtsgap auch nach den Zahlen. Und so langsam nähert man sich da auch einer Zone, wo man vielleicht mit Gewinnmitnahmen rechnen kann, bei ca. 88 bis 90 Dollar. Und da muss man schauen, ob es eine Seitwärtskonsolidierung gibt oder einen Preisrücksetzer. Aber mittelfristig, denke ich, kann die Aktie auch wieder die Hochs erreichen, die sie schon Anfang 2022 erreicht hat. Dafür müssen natürlich auch irgendwann die fundamentalen Daten passen. Und Ende des nächsten Jahres soll die Aktie auch wieder die Gewinnzone erreichen. Und da muss man schauen, wie es weitergeht. Das haben wir ja auch bei anderen Chip-Herstellern schon erlebt, dass man erst einmal komplett schwarze Wolken gesehen hat am Horizont, aber sich die Aktie dann nach oben schwang und danach erst die positiven News kamen, wie z.B. auch bei Intel. Ja, ganz genau. Die Intel können wir uns zum Vergleich auch anschauen. Die hat ja auch sehr schwierig, aber auch den Turnaround entsprechend geschafft. Und die Aktie ist ja auch schon seit Längerem wieder in einem schönen Aufwärtstrend hier entsprechend auch ca. im Mai, Juni hier den Turnaround geschafft. Seitdem sieht man diesen mittelfristigen Aufwärtstrend fast mit einer parabolischen Bewegung im Oktober. Und man hat sich etwas schwer getan an dieser 44, 45 Dollar Marke, kam zurück, aber ist Ende der letzten Woche auch darüber hinaus ausgebrochen. Von daher, der mittelfristige Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Die Runde 50 Dollar Marke ist vielleicht das nächste Ziel auf der Oberseite, wo man mit Gewinnmitnahmen rechnen kann. Und ja, als Swing Trader würde man sich nochmal einen kleinen Rücksetzer vielleicht wünschen, um dann auch perspektivisch nochmal in die Aktie einzusteigen. Aber hier ist auf Chartbasis auf jeden Fall auch der Turnaround in diesem Jahr gelungen. Ja, Turnaround heißt ja auch immer verbunden mit Umstrukturierung. Erstmal Einschnitte bei den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, aber dann später natürlich durch die Effizienzprogramme auch wieder was, was positiv läuft. Das haben wir bei Walt Disney zum Beispiel erlebt in diesem Jahr. Der alte Chef wurde zurückbeordert und hat so ein bisschen überlegt, was mache ich denn eigentlich mit dem Streaming, was mache ich mit den Freizeitparks, hat ein hartes Sparprogramm dem Unternehmen verschrieben. Und ja, jetzt läuft es wieder ein bisschen besser zumindest für die Aktie. Es läuft besser, man hat sich lange Zeit hier im Spätsommer und auch im Herbst nochmal im Bereich der Jahrestiefs aufgehalten bei 80 Dollar, aber ist dann zuletzt stark angesprungen, auch nach den letzten Quartalszahlen und kann sich hier halten. Also das ist durchaus sehr positiv, dass man hier diesen Bereich von ca. 90 Dollar, um jetzt mal eine runde Marke zu nennen, halten konnte. Man hat den 200-Durchschnitt ja auch zwischenzeitlich von oben getestet, hier entsprechend, das war am 5.12. und solange man sich hier halten kann, könnte hier vielleicht auch perspektivisch im nächsten Jahr dann ein richtiger Aufwärtstrend starten. Das heißt, dass wir auch dann die bullige Anordnung der gleitenden Durchschnitte sehen und diese alle aufwärts gerichtet sind. Der 200-Tage-Durchschnitt ist fast ganz abgeflacht, der 50-Tage- und der 100-Tage-Durchschnitt sind schon aufwärts gerichtet. Also hier könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das eine sehr interessante Aktie im nächsten Jahr sein könnte, die dann auch einen Aufwärtstrend aufnehmen könnte. Nach einer sehr, sehr, sehr langen Durststrecke. Ja, apropos Durststrecke, das hatten wir bei Nike ja auch mal eine Zeit lang und eigentlich geglaubt, die Durststrecke ist schon vorbei. Aber einige Segmente, wie z.B. das China-Geschäft schwächeln noch immer und da gab es gestern Quartalszahlen, die dazu führten, dass die Aktie nochmal einen Dämpfer bekommen hat. Ja, die ist um mehr als 10% nachbürstlich hier auch eingebrochen. Insgesamt langfristig ist sie in der Seitwärtskonsolidierungsrange zwischen ca. 88 Dollar auf der Unterseite und 130 Dollar auf der Oberseite hier gefangen. Ja, seit Ende September, Anfang Oktober ist sie stark angesprungen, kommt jetzt zurück ziemlich genau in die Mitte der Range und jetzt muss man schauen, ob hier Kaufinteresse aufkommt. Es ist durchaus eine interessante Marke, jetzt auch für vielleicht noch die restlichen Handelstage des Jahres, ob es hier gelingen kann, über dem 200-Tage-Durchschnitt dann auch Richtung Gap Close zu handeln. Ansonsten, ja, auf der Unterseite ist auch Potenzial gegeben, von daher die Aktie aktuell relativ neutral zu werten. Jetzt muss man schauen, in welche Richtung dann die Reise geht und dann vielleicht im nächsten Jahr auch irgendwann mal diese sehr, sehr lange Konsolidierungsrange hier verlassen werden kann. präferiert natürlich auf der Oberseite. Ja, und das hängt natürlich auch mit der Konsumneigung zusammen, wie es da weitergeht, beinahe ganz global und bei Federal Express, die ja die Waren vielleicht auch anliefern, hängt es auch damit zusammen, wie die Wirtschaft läuft. Da wurden die Jahresziele erst einmal kassiert. Die Aktie hat nach den Quartalszahlen negativ reagiert. Die hat negativ reagiert und ja, fast punktgenau am gestrigen Handelstag ja auch den 200-Tage-Durchschnitt getestet. Von daher, das ist durchaus eine interessante potenzielle Unterstützung. Also die Aktie kann man sich auch heute und in den nächsten Handelstagen nochmal genau anschauen. Also solange sie doch drüber handelt, denke ich, kann man hier vielleicht kleinere Kaufpositionen eingehen und Richtung zumindest ein Stück weit des Gaps auch handeln. Also die 270-Dollar-Marke wird vielleicht nicht so einfach zurückerobert werden können. Aber hier sieht man, dass durchaus Potenzial gegeben ist auf der Oberseite. Aber man sollte das Ganze auch relativ eng absichern, weil sollte die Aktie doch unter den 200-Tage-Durchschnitt fallen, kann hier zumindest eine Seitwärtskonsolidierung und perspektivisch vielleicht auch nochmal ein Abwärtstrend auftreten. Von daher, es ist ein interessantes Kursniveau mit Potenzial, aber auch mit gewissen Risiken. Ja, mit gewissen Risiken sind natürlich die Aktien behaftet, die schon stark gelaufen sind. Und auch da gab es noch Quartalszahlen von Carnival Corporation. Die hatten wir auch schon mal porträtiert auf dem Freestalks-Kanal. Das ist quasi das weltgrößte Kreuzfahrt-Unternehmen. Und die Aktie ist tatsächlich um über 6% nochmal angesprungen nach den Zahlen. Genau, die ist angesprungen. Ich lade nochmal gerade die Daten hier neu. Dann können wir uns die Carnival auch anschauen. Auch ein interessantes Unternehmen, die durchaus auch volatil war in diesem Jahr und ist jetzt in der Tat hier nochmal an die Jahreshochs herangelaufen. Sieht man sehr starke Bewegungen. Zunächst dachte man hier wirklich, ja, der Turnaround ist gelungen. Die Aktie geht in einen schönen Aufwärtstrend über Mitte des Jahres, aber kam dann genauso stark wieder zurück. Das heißt, hier ist es nicht gelungen, wirklich in einen starken Aufwärtstrend überzugehen, sondern man hat deutliche Schwäche gezeigt, ist aber jetzt Ende Oktober hier wieder stark angesprungen und ist jetzt wirklich fast punktgenau hier oder dollargenau auch an die Jahreshochs herangelaufen. Mal schauen, ob es hier knapp unter der 20-Dollar-Marke nochmal Gewinnmitnahmen gibt oder diese auch als Widerstand fungieren kann. Auf diesen hohen Niveaus möchte man jetzt sicherlich nicht die Aktie kaufen, aber vielleicht nach einem Rücksetzer dann auch im nächsten Jahr hier auf einen Ausbruch spekulieren, ist durchaus vielleicht eine interessante Möglichkeit. Ja, werden wir auf alle Fälle auch weiter im Auge behalten, die Aktie. Und vielleicht noch einen Wert hier mit reinbringen, der in diesem Jahr, am Anfang des Jahres, ganz oft in der Berichterstattung stand und jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist. Die Tesla. Ja, gibt es da weniger Fans oder gibt es einfach nur weniger Meldungen von Tesla? Vielleicht gibt es auf jeden Fall weniger Meldungen und die Aktie, ja, die ist ja weiterhin auch in ihrer Range hier letztendlich gefangen. Wir können das hier auch entsprechend fortziehen, weil diese abwärtsgerichtete Trendlinie, die wurde fast punktgenau auch in dieser Woche hier nochmal angelaufen. Und ja, hier könnte im nächsten Jahr wirklich ein interessanter Ausbruch dann auch anstehen, ein sehr langfristiger Ausbruch. Aktuell hat sich nicht viel getan. Man kann sich im Bereich von 250 Dollar hier halten und da muss man schauen, ob irgendwann vielleicht hier der dynamische Ausbruch auf der Oberseite erfolgt oder man nochmal zurückfällt. Also dieser Bereich von 210 Dollar ist, denke ich, weiterhin eine interessante Unterstützung. Und ja, hier wartet man eher auf einen Ausbruch, um sich dann diesem im besten Fall nicht entgegenzustellen, sondern trendfolgend dann sich zu positionieren. Ja, man wartet da immer noch auf den Cybertruck, ob der in Europa überhaupt zugelassen werden kann, TÜV und so weiter. Das ist die große Frage, aber das werden wir alles nächstes Jahr beantwortet bekommen. Wir haben auch keine Antwort drauf, aber ich habe noch eine persönliche Frage an dich. Was war denn für dich so die Highlight-Aktie in diesem Jahr? Ganz klar die Nvidia, würde ich sagen. Die ist sicherlich extrem gut gelaufen. Hätte kaum jemand erwartet, dass sie auch nach diesem großen Gap nochmal hinzulegen kann. Und sie quotiert ja weiterhin sehr nahe hier der Allzeithochs bei 505 Dollar und kann sich sehr, sehr gut halten. Also da hätte ich persönlich auch nicht mit gerechnet, dass sie sich wirklich so lange auf diesen Niveaus halten kann, ohne merklich zu korrigieren. Von daher sicherlich ein sehr interessanter Wert. Und ich hatte kürzlich mal reingeschaut, auch weil eine Anfrage kam, was sind denn die besten Aktien der letzten zehn Jahre aus dem Nasdaq und aus dem Dow Jones. Und da hat der Nasdaq natürlich ganz klar die Nase vorn. Und da muss man wirklich sagen, die Nvidia in den letzten zehn Jahren, man möchte es kaum glauben, 12.000 Prozent zugelegt. Das ist echt Wahnsinn. 12.000 Prozent. Damit hätte niemand gerechnet. Und sie ist auch in diesem Jahr hier der Top-Wert. Und die werden wir natürlich im nächsten Jahr auch weiter interessiert verfolgen. Und gab es auch einen Flop-Wert für dich, wo du gedacht hättest, oh, der muss sich doch mal erholen und da passiert nichts? Flop-Werte gab es natürlich auch in diesem Jahr wieder. Wir haben uns das ein oder andere Mal eine Paypal angeschaut, eine Lucid, die sich weiterhin in einem Abwärtstrend oder zumindest auch in einer sehr, sehr langen Konsolidierung auf niedrigem Niveau befinden. Und da haben wir bisher auch keine starken Gegenreaktionen gesehen. Und mal schauen, vielleicht ist dann das nächste Jahr ja positiver für solche Aktien. Für mich waren es Lucid, Rivian und so weiter, wo ich dachte, wo ist denn der Boden? Aber noch nicht da. Für mich der Top-Wert, wenn du mir dieselbe Frage stellen würdest, würde ich sie beantworten mit Apple. Hätte ich nicht gedacht, dass die Apple-Aktie, weil sie ja auch schon immer hoch bewertet war und weil in diesem Jahr auch nicht wirklich bahnbrechende neue Produkte auf den Markt kamen, sich so gut entwickelt. Hätte ich auch nicht wirklich gedacht. Also sie kann sich auch halten im Bereich hier der Allzeithochs. Die 200-Dollar-Marke hat sie nicht ganz erreicht in diesem Jahr, aber da hat sie sich vielleicht noch aufgehoben fürs nächste Jahr. Und ja, hier sieht es wirklich so danach aus, als wären auch neue Rekordhochs. Hier nur eine Frage der Zeit und dann auch diese runde Marke von 200 Dollar, auf die viele schon wirklich hier warten. Ja, aufheben werden wir uns auch weitere Werte für die Berichterstattung im nächsten Jahr. Nur weil ein Wert schon weit gelaufen ist, eine Aktie oder ein Markt, heißt das nicht, dass er nicht noch weiterlaufen kann. Das ist ja das Momentum-Konzept. Ganz genau. Also das haben wir in diesem Jahr auch gesehen. Also dass man auch Aktien, die vermeintlich teuer bewertet sind, dass sie immer weiter steigen können. Von daher macht es schon Sinn, auch Trendfolgen zu handeln aus mittel- und langfristigem Bereich und nicht immer ins fallende Messer zu greifen. Nur weil eine Aktie günstig aussieht, heißt das nicht, dass sie auch steigen oder drehen muss, weil sehr lange dauert es oder sehr häufig dauert es sehr, sehr lange, bis da auch der Turnaround gelingt. Von daher starke Aktien kaufen und von schwachen Aktien eher die Finger lassen. Wenn wir diese Anregung mit transformiert hätten oder transportiert haben in diesem Jahr, dann haben wir unser Ziel ja erreicht. Das denke ich auch. Also ich denke, wir haben da wieder gute Anreize hier auch geliefert, gute potenzielle Analysemöglichkeiten und hoffen, der ein oder andere hatte da auch den entsprechenden Mehrwert von. Ja, und damit ganz lieben Dank an dich und da freue ich mich schon aufs nächste Jahr und wünsche allen Zuschauern und Zuschauerinnen ein paar freie, erholsame Tage ohne uns und dann geht es mit uns hoffentlich im nächsten Jahr weiter. Ja, ich schließe mich deinen Wünschen an, allen erholsame Weihnachtsfeiertage und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. 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 Untertitelung. BR 2018